Moin Moin aktiven Spritzer Moin Moin So heute mit einem neuen MC2 Video Ja wir stehen jetzt oder wir fahren jetzt auf der Map Berlin X10 DG601 von Deldo Bahnhof nach S-Bahnhof Potsdam Bahnhof Bitten Scanner CD-Wide G14 mit dem gemoddeten Sound Und ja würde sagen wir fahren los Würde sagen dann abflott Sobald wir uns der Verkehr hier durchlässt Ja perfekt flieh Erkensagen gibt es heute leider nicht dass die bis sie leider um ich hoffe das stört euch nicht und ja nicht wundern wenn ich heute das video vielleicht nicht so quali kommt vielleicht ich weiß es nicht ich bin jetzt mal wieder auf dem alten pc gerade mein neuer pc windows up windows 10 upgrade bekommt genau und das dauert 1 bis 2 wochen denke ich aber dann kommen auch daily also da kommen auch daily live streamer renos wieder genau vielleicht kommen auch live streams von der ps5 weiß ich noch nicht aber ja genau ich hoffe ihr habt eine angehme farb ich kenne die linie auswendig deswegen brauche ich heute keine höchst fallen genau na komm fahr kollege du versperrst mal so schon den weg na dann fahr auch na fahr fahr doch einfach kollege jetzt fahr ey opa ey hä welche türbisch denn jetzt nicht geöffnet oh also sehen uff mein gott immer diese opas bis aus und nicht die immer decrease also effectively nicht nicht und links zu dem bus Prozent findet ihr dann später in der Videobeschreibung also ich verlinke euch dann einfach den Bus Plus Sound Mod Pack also ich glaube die Map brauche ich euch nicht verlinken oder die Steam Addon brauche ich euch nicht zu verlinken genau bei Youtube selber finden ja muss ich mal gucken bei Youtube ich den Sound Mod noch mal finde genau genau und jetzt fahren wir jetzt hier S-Bahn S-Bahnhof Teltow Stadt an UDS-Bahnlinie 25 endet genau aber ich finde ein geiler Sound zeige ich euch ehrlich schön V8 Sound mit Z11 Ecomat einfach besser Sound schön in BVG VPNs und alles genau Karte geht natürlich auch mit richtig geilen Geld Sound genau so ich denke wir fahren um die rund 20 Minuten denke ich wenn wenn der Vorkehr heute nicht so stocken ist um 6 Uhr 19 genau da ist gerade Lauri AI ja jetzt ist fertig perfekt das heißt das heißt ähm ja ich kann jetzt zum Beispiel die Maps Alheim V4 jetzt gerade nicht fahren ich alle Daten von meinem alten PC natürlich nicht rüber gekriegt habe äh ja was ich wahrscheinlich aber nach dem Video wahrscheinlich nochmal machen werde alle Daten vom alten PC rüber zu ziehen auf einer Festplatte und sind eigentlich schon auf der Festplatte drauf die alten Daten das heißt davor davor wo der PC rausgegangen ist aus dem Haus genau ähm ja mal gucken vielleicht kriege ich den PC auch doch schon er keine Ahnung ich weiß ja nicht wie lange immer so ein scheiß Windows 10 Upgrade dauert ja ein bisschen hätte ich ihn natürlich gleich wieder zurück zu haben aber geht leider nicht denn die das ist halt Karate drauf und so wo ich mir so denke scheiß drauf die Karate oder so keine Ahnung wenn Sie bitte die Heizung aufgehen müssen Sie jetzt schon bei den Kühlen sparen ja müssen wir und äh ja genau so so und gleich zeige ich euch noch kurz den Sound ja jetzt hier nicht wenn wir jetzt irgendwo gerade Strecke haben oder so also die Ampeln lieben uns heute die Ampeln sind heute sehr perfekt muss heute nicht so lange warten das passt auch da direkt nach links blinken da steht die 100 4 84 ok das ist bestimmt so eine KI Linie die kann man nicht fahren als Spieler Spieler so nochmal laut 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 ach kein kein Deutsch mehr egal einfach scheiß drauf laut ja wir manchmal manchmal man schneide stempel ja keiner mit aber stört mich nicht Solange es Fahrgäste drin sind, ist es mir eigentlich egal. Wie man sieht, kann man ziemlich nah ran zoomen. Warte mal, ich werde nochmal kurz was einstellen. Kurz den Fahrscheinverkauf, zack. Kurz auf Anschalten. Gesehen habe ich ja vorhin, ähm, Kollisionen sind auf jeden Fall an. Also muss ich gut aufpassen. So, vor ihm drängen wir uns jetzt noch rein. So, weh, da wartet jetzt nicht, Alter. Da gibt es aber Stress. Da genauso, da so, genauso warten. Wir sind einfach zu schnell. Gut, wir haben nichts angerammelt. Das fühle ich. So, wir würden mit, ja. Ich weiß, vielleicht brennt es nicht ein bisschen zu viel abdruck, aber das sieht immer nur so aus, als wenn ich so stark brenze, aber ist gar nicht. Ja, vielleicht kommt er jetzt gleich noch ein bisschen live streamen. Ich weiß es noch nicht ganz, nämlich noch mein Stream Deck muss ich irgendwie noch updaten. Genau. Ich weiß aber gerade nicht die Updater, äh, Seite. Falls, wenn ihr das wisst, wie man das Stream Deck gerade upgradet oder updatet von den UBS Version 28 Update, dann könnt ihr euch sehr gerne den Link unter die Kommentare schreiben. Oder, bei welcher Seite ich das finde. Ja, ziemlich korrekt, wenn ihr das machen würdet. Ja, manche gucken ja dann doch. Manche sind ja auch streamen oder so, keine Ahnung. Oder arbeiten mit dem Stream Deck, denke ich mal. Und, äh, ja. Ich hoffe, der Spielton ist laut genug. Wenn ich dann mal, ich den jetzt hier nochmal ein bisschen lauter im Game. So, sollte auch reichen. Ich glaube, es macht noch ein bisschen lauter wegen Bess. So. Ja, jetzt sollte der Ton genug sein. Aber natürlich, wenn der neue PC dann wieder da ist, ähm, gibt's wieder jeden Tag Livestreams, die versuchen, zu verabschieden. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Genau, wenn's mir noch Bock hat, kann ich dann gerne mal ein bisschen da. Und, ähm, das wird schon mal vor, wenn ihr das mal geht. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja, ich bin natürlich auch ein bisschen der Kollege. Und, ähm, ja, ich bin mir da auch ein bisschen drüber, wenn ich mir gedacht habe. Und, ähm, ja, ich bin mir da. Und, ähm, ja, ich bin mir da. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Und, ähm, ja. Hier warten wir mal ganz kurz, jetzt lädt das jetzt durch. Da kann ich hier ein bisschen holzeln nutzen. Ja, das stimmt, heute lädt uns jetzt ziemlich oft nach. Aber das ist nicht schlimm. Auf diesem PC, wo ich jetzt hier bin, der hat nicht so viel Power, sei ich jetzt mal. Aber auch für die Aufnahme soll das reichen. Hoffentlich. Das will ich hoffen. Das ist für die Aufnahme trotzdem flüssig. Morgen. Mai. Tja. Das war's für heute. Genau, ich hoffe, ich darf nur fahren. Eigentlich ganz schabiert, muss ich sogar sagen. Genau. Und da kommt die Linie. Aber sonst geht es euch ein gut von meinen Abonnenten oder Zuschauer, die manchmal in der Livestream reinkommt. Das finde ich ganz gut. Und jetzt sage ich euch erstmal Danke für die 70 Abonnenten auf Youtube. Auf den Palaren. Also, der Regressverkehr oder Pfanne kommt, den hasse ich absolut. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 gleich in der Entstellung Beep Gut. Gut. Es ist sehr fliegend, es ist gut, es ist nur 14 Platz, aber es ist auch nicht da. Jetzt sind wir auch an, pausenlos. Wir sind jetzt hier ein, und stellen es den Platz. Ich stelle mich jetzt nicht denn da, der es nicht so weit hat, nur, glaube ich, ja. Dann stelle ich mich jetzt hier mal weit hinten, bis der Kollege noch dabei kommt. Ja, was soll ich von das Video gefällt euch? Ja, das Video gefällt euch. Da hab ich da jetzt noch Bock hab. Und, äh, ja. Wie sag ich es immer? Wiederschauen, und reingauen. Tschüss. 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 Tschüss.